ach so die aufnahme lief nur zwei sekunden ja es ist mit deinem kack ding alle ohne witz das ist doch scheiße ist ja egal jetzt läuft es halt wieder so jetzt kannst du noch mal los was ist denn das für ein scheiß aufnahmeprogramm ganz ehrlich für alle zuschauer bereits haben hallo ja die aufnahme läuft übrigens schon also ihr habt jetzt ungefähr acht minuten der folge nicht das haben wir inhaltlich gemacht das kannst du jetzt erzählen das haben wir inhaltlich gemacht wir haben das gesucht quest gemacht das war die die hier oben war das war diese hexe mit ihren zwei pets die man auch auf der allianz zeit und so weiter hatte bisher war halt bloß das gelaber technik die begeistert dann sag ich dir doch so du willst hier wieder runter ja sagt mir aber nicht so ich bin fertig mit silbererz das ist schön heißt du auch ja gut raus geht es aber nach oben nicht nach unten ja warum willst du da runter du weißt genau warum nee den hat man schon hier wird mir aber noch angezeigt ich weiß aber auf der allianz hat man den schon das zählt nicht doch lass das sein ich möchte das okay dann nehme ich ein das argument hier unten sind noch kokons die ich befreien muss wo musst du die befreien ich habe die nebenquest hier angenommen du das machst ist ja deine sache ich habe es nicht angenommen naja ist ja nicht so wild ich mache es ja nebenbei so eine haufe habe ich abgeschlossen das muss ich nur noch haben schreien es scheint richtig zu sein so er wechseln möchte den rahmen auch nicht machen gehen weil der wechsel doof ist aber nun kann ich mit leben hier ist ärzt habe ich was du gesehen ich habe kinder hat es gesehen ach doch da an der wand war es klar alles klar herr kommessar so mein mob hat irgendwie ich habe akku scheiße egal läuft bei mir ich denke mal wenn wir das dann wieder so machen deine aufnahme wird gestoppt und ich mache dann halt noch ein paar minuten weiter oder würde ich sagen nicht da kann ich ja nichts für dass dann auch noch ein kompetentes das finde ich jetzt einfach meine aufnahme komplett haben können die will ich nicht die ist hässlich noch zu mich oder was das kannst du so nicht sehen aber naja während eines kampfes nicht möglich alles klar ich gehe so jetzt haben wir ein paar welt christ zu haben die jetzt aber nicht wirklich spektakulär sind wir müssen aber in die richtung zum abgeben schön dass hier keiner aufpasst ich will aber noch die anderen zwei gesucht was machen weil die wirst du da oben wieder abgeben müssen das will ich nicht doch wir haben es ja dann ich sage ich habe nicht gesagt dass das nicht so ist sondern ich habe gesagt ich weiß es nicht hör doch mal zu man muss einfach mal aufpassen wo du die quest annimmst hallo das ist mindestens eine woche her und nicht nur und ich kann ja nichts für dein gedächtnis ich habe dir gleich eine ausmacht ja und irgendwann kann ich das dann auch weil du dann in der nähe bist da ist der wolf meine 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 ich kann gerade nicht ich muss hier er zusammen das ist gerade wichtiger und kriegst den wolf nicht er ist egal hol ich mir selber du musst ja eh länger aufnehmen von daher können wir kann ich auch ein bisschen zeit schütten da meine folge wird dann einfach länger tada nicht noch mehr was sieht eigentlich mit unserem beruf aus ähm gleich für messwertig ist jubiläer haben wir glaube ich gar nichts gemacht glaube ich irgendwie eh richtig ja noch null aus dem neuen addon das ist eh super ich möchte vielleicht mal ein bisschen offline arbeiten dass ich total wie soll man sagen kompetent bist nein nicht inkompetent unaktiv inaktiv offen ich habe was gemacht jetzt aber so so mob ist tot hier wird mir den rahmab angezeigt bestimmt in der hülle da ja in der hülle ok so muss ich nochmal gucken wo der ich glaube der hat gezählt ich sehe nichts hier nicht mehr also ja ähm welche waren das gesucht ost irgendwas was wolfiges ostjägerin ja hat mit gezählt doch finde ich nicht in ordnung so ich habe verzauber kunst hast du bergbau neue handschuhe bekommen dann kann ich die gleich verzaubern ja dann gibt er hier give it to me da 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 ciao ich liebe es sooo wow er hat einen Sockenschuss er hat einen Sockenschuss Wie jetzt? Der hat einen Schuss in der Wackel, oder? Mein Freund von mir? Redest du mit mir? Hast du mit mir geredet? Oh, das hast du nicht geredet. Man nennt mich Barzinschwein! So, welcher Film? Ich weiß zwar jetzt nicht so wirklich, ob das zusammenpasst, aber okay. Ich hab keine Ahnung. Das hat hinten und vorne, glaube ich, nicht gepasst. Den exakten Text krieg ich nicht zusammen, aber der Schluss war korrekt. Das ist schlecht. Ne? Das ist schlecht. Wir kommen wieder darauf zurück, wenn wir über mein Gedächtnis. Da gibt's nicht viel zu reden. So, wir laufen in die falsche Richtung und du läufst mir hinterher. Da, wo gehende Leere ist, da kann nichts sein. Nee, wieso? Hier ist noch eine Gesuch-Quest. Ach, tatsächlich. Ich hab jetzt erst gedacht, das ist eine Quest, die du nicht hast, weil ich sie angenommen hab. Ich hab nämlich mehr Quests wie du. Na und? Kann ich mit leben? Entschuldigung, im Sinne der Anklage. Kann ich mit leben? Du kannst deine Quests behalten. Wo willst du schon wieder nachher, Herr Erz? Lass mich erzen. Er ist mir... Das heißt, die Folge müsste da ungefähr 28 Minuten gehen, wa? Ja, der kann kommen. Aber du hast da selber einen Timer, oder? Da krieg ich Kopfschmerzen von dir. Ach nee, hast du nicht. Du hast ja... Hast keinen Timer. Oder hast du ESP verwirrt? Ich hab einen Timer, ich hab den jetzt bloß noch mal durchgestellt. Ach jo, ach jo. Da ist ein, da ist ein, offensichtlich sicher. Ach nee, das ist eine Spinne. Na gut. Hallo, Spinne. Aufbauen. Was? Spinne? Zerquetschen! Ach, scheiße. Da sind Klappenvorkommen, da gibt es keine Diskussion. Halt, den will ich nicht. Ja, erstmal den Terrorwolf, der Vaga, mit einem neuen, äh... Wie heißt denn das überhaupt? Alter, lass mich in Ruhe. Grafikmodell? Ist das so? Charaktermodell. Was machst du denn da vorne? Ich werd gehauen. Geil. Da ist er ja. Hasso, Fass. Was für ein Hasso? Welchen, äh, GS hast du eigentlich noch mal gehabt? 300. Aha. Auf der Allianz-Zeit waren wir halt gleich gewesen. Jetzt sind wir es nicht mehr. Na ja, pf. Kann ich mit Leben, so ist es nicht, aber trotzdem. Äh. Quest abgeschlossen. Pramop, 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 pramop. In der Höhle? Ach, das ist die Spinne, wa? Ja. Ich hör sie. Hallo! Dann geh mal rein. Hallo! Ich verarsche sie, ich tu so und dann mach ich... Brich ab. So, abbrich und tu so. Mensch, mach doch hin. Da ist er. Wie ist so eklig. Wie ist so geharrig. Wie ist die Spinne? Spinne, spinne, spinne. Ah, verdammt. Boah, war das knapp. Fast hätte ich wieder Agonie auslaufen lassen. Shit happens. Das ist doof. Das ist der Zauber, der bei mir glaube ich am meisten Damage macht. Yay. Und mein Mob ist tot. So, wir können eigentlich mal Recount anschmeißen. Recount. Einfach mal gucken. Und Agonie, ne? Ne, doch nicht. Ein stabiles Gebrechen. Lol. Lol. Und Flugpfeife, würde ich sagen. Kann ich das schon? Tatsächlich, ich gehe kaputt. Fliegen. Äh, die Taste. Ja, und wir kommen genau daraus, wo wir die Quests abgeben müssen. Meine Frage an die Zuschauer, was Wechseln angeht, weiß ich es ja nicht. Aber... Nein. Wie interessiert seid ihr an der Tatsache? Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, wir nehmen ja das hier sonntags auf. Nein. Und zumindest die Sonntagsaufnahmen könnte man theoretisch, die werden ja so oder so hochgeladen. Aber ich hatte darüber nachgedacht, ob man vielleicht ausprobiert, ob man das aufschnitt und gleichzeitig fliebt. Ob das bei dir geht, weiß ich nicht. Bei mir wird es funktionieren, ja. Ja, das weiß ich auch nicht, ob das geht. Ich würde es ja gerne mal ausprobieren. Was ist das? Zeit ist Geld. Bleib sauber. Ob das mit meinem PC funktioniert. Ich weiß, im Laufe des Jahres habe ich dann die Möglichkeit, dass, da du das sagst, dass das mit deinem funktionieren würde. Äh, dass ich das vielleicht dann irgendwann im Laufe des Jahres mal machen könnte. Eine Aufnahme, gleichzeitig streamen. Und die dann später hochzuladen. Kauf dir einen eigenen PC. Ha, ha, ha. Solange der hier noch gut funktioniert. Warum sollte ich? Der hat nur wirklich keinen Grund, so ersetzt zu werden. Das sind ja nur so eine Schmeckerchen obendrauf, die man dann haben möchte. Die Schmeckerchen. So, was haben wir denn jetzt? Äh, dann würde ich jetzt was sagen. Kannst du zur Flinkwindstation fliegen? Ja, kann ich. Sicher? Ja, habe ich einen Flugpunkt. Gut, naja, dann lass uns seinfliegen. Wir müssen doch eigentlich mal die, 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 die Dingskist weitermachen, oder? Welche denn? Na ja, die Spaziergang auf einem Friedhof, Nathalos. Na ja, denkst du, wo ich jetzt hin will? Ist das da? Ich bin völlig verwirrt. Naja, ich weiß, dass du den hier auskennst. Ach, klar. Deswegen denke ich ja für dich mit. Liviosa. Das heißt nicht Liviosa. Das heißt Liviosa. Ja. Kein Kommentar. Mhm. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich hab Durst. Kategorisch wäre einfach mal die Frage an die Leute, die dieses WoW-Lettsplay gucken, an andere andere muss ich die Frage ja nicht stellen. Ob ihr überhaupt Bock drauf hättet oder ob ihr sagt, ist mir egal. Wird sowieso kein Kommentar kommen, aber ist egal, ich stelle die Frage trotzdem. Ist mir egal. Was du sagst, ist mir sowieso egal. So würde ich aber halt regelmäßig mal ein bisschen streamen. Auch wenn das dann Sachen sind, die halt im Nachhinein... Allgemein würde ich das sowieso gern so machen, dass ich die Folgen auch aufnehme, weil ich möchte halt nicht, dass meine Videos irgendwann weg sind. Achso. Wenn ich irgendwas streame. Auf YouTube ist das ja möglich, aber ich würde gerne mal auf Twitch streamen. Und da sind die Aufnahmen 14 Tage nur da und dann sind sie weg. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Genau. Da vorne ist der Friedhof. Ich seh ihn schon, ich seh ihn schon, ich seh ihn schon. Machen wir Grabständerei. Geil. Geil. Aber erst mal, so viel Zeit muss sein. Ach Mann. Ich bleib mal lieber hier stehen, bevor die eben mit einer Sprechsequenz anfängt und die Sani ist noch nicht da. Oh, ein Wolf. Hallo. Wo war er denn? Eins höher. Ah, wir kommen hier hin, ohne Mops zu töten. Dann. Du bleibst mal schöner liegen. Bleibst mal schön im Auberhund. Mann, der Schläfbus, der kann ja nichts tun. Da. Hier sind wir richtig. Na gut. Sprechsequenz nicht ganz, aber ein paar Sprechblasen. Zwei Quests. Das ist unglaublich. Raust du mit. Macht euch nützlich. Was verlangt ihr? Du hast mich gerufen, du Arsch. Das sagst du nicht. Was verlangt ihr? Ein bisschen Roastbeef, ein Wienchen, eine Pizza. So, acht wütende Geister töten. Und hier Paletten. Plaketten. Paletten. Genau, wir machen ein paar Paletten kaputt. Bin noch nicht bei DVD. Und sammelt zehn Grabblüten. So. So. Was sagen wir, Sammeln? Grab? Blüten. Ach, Blüten. Äh, da war ein Grabblüte. Ein Ohr juckt. Lass es jucken. Och Gott. Ist doch halb so wild. Nee, das ist schrecklich. Das kann ich nicht ignorieren. Doch. Wenn ich Sunny sehe, da hat sie gleich wieder irgendeinen großen Mob am Arsch. Und? Und? Nee, nicht ganz. Okay. Hätte ja sein können. Das sah so oder noch aus. Das gibt er. Mann, hier gibt es aber echt eine Menge Blüten. Da, wütende Geister. Blümchen. Eins, zwei, drei. Dann will die hier rum sein. Dann hauen wir mal wieder auf. Ja, mach ich da schon. Ich meine, nicht. Achso. Oh, mein Leben geht es ja nicht. Easy. So, haben wir... Ach, schade. Zwei noch. Zwei bütende Geister noch. Ich habe einen. Ich brauche nur einen. Gut. Ich habe mich den da hinten. Das ist meiner. Ich will die nochmal hinter. Wenn auch deine Reiben. Ach, Mann. Da will man sich einmal richtig hochhören und dann sowas. Da ist noch eine Grabblüte. Da drüben auch. Ich brauche noch zwei Grabplaketten. Alles klar, einen nur noch. Das ist top. Ich habe gerade mal drei von vier. Achso, das zählt ja mit. Warum auch immer wieder sowas mitzählt. Ich finde das... Oh, Ramab, hallo. Wo kommst du denn her? Der saß auf dem Stein. Den habe ich jetzt ausnahmsweise mal ignoriert. Fand ich gut. Das ist doch mal was. Also, ja, und so. Jetzt noch weiter ignoriert. Nee, kann ich nicht. Wenn er mich angreift, geht das nicht. Das ist doch nicht. Doch, das geht. Du musst einfach bloß wegrennen. Und dir so denken, aha, der macht mich kaputt. Der macht mich ja nicht wieder kaputt. Noch nicht. So. So. Yeah. Erz, aber das Herz auf Stufe 18. Lol. Ich bin hier ein bisschen vorweg. Ich habe 25% mehr Acerid macht als du. Ja, wenn du auch mehr gemacht hast, ist das kein Wunder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell. Ich will da hoch. Los, lass mich. Was willst du denn da um? Ach, Erz. Ich komme da nicht hoch. Es ist zum Häusermel. Ach, verdammt. Du musst außen rum gehen. Nee. Außen rum musst du. So willig bin ich auf Monolithärzt nicht. So willig bin ich nicht. Oh, sie ist willig. Nicht vor den Zuschauern. Alles klar. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt den Schluss. Wie jetzt? Wir machen den Schluss. Äh. Moment. An dieser Stelle sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Bis dann. Ich wünsche mir noch viel Spaß. Haut rein. Ciao. Tschüss.